Happy Birthday MD Jumia. Happy Birthday Abhai Doudé. Happy Birthday Jeannette Lamine. Happy Birthday Joana Montero Munz. Und ich spiele heute. Mal wieder, was spiele ich denn heute? Also früh feier? Ich mache für den Kreativ. Viel Spaß. Okay, wir haben den Sniper Point Crad. Ja. Hallo. From the other side? Wohohoho. Still on cool down. End. Gegner gesichtet! End. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hm, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Oh, sieg, spieh. Dankeschön. Gehen wir schnell. Haben wir noch eine kleine Runde? Eine kleine Runde nur. Gleich. So, das kenne ich nicht. Das Pointgrad. Ach, das ist immer noch der Ausgleich des Snipern. Gummert das Bild hier zu. So, dann schauen wir mal, wie es jetzt hier abgeht. Oh, oh. Hä? Gegner gesichtet! Tja, ich bin gestorben, aber ich habe angequillt vorher. Tja, ich bin gestorben. Tja, ich bin gestorben. Los! In den Sicherheitsbereich! Oh! Ich gehe es mal hier rüber! Gegner gesichtet! Wuuuuh, er vorm die eck is zo! Das versteckt sich. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. wachsam bleiben ja gewonnen ich glaube ich war zweiter dritte aber ich habe gewonnen ich habe gewonnen okay dann sag mal dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn ich wieder dabei sein bis dann viel spaß und auf wiedersehen und